Hallo Leute und ich begrüße dich herzlich hier zu einer neuen zu wieder mal einer folge Ich habe vorhin Slither aufgenommen und das habe ich jetzt noch irgendwie im Kopf drin und jetzt kommt Slither dran Musik von Slither von Splix Die wieder gebe ich jetzt wieder bei der Musik geht es jetzt wieder weiter so Ich komme gerade und jetzt spiele ich das Spiel Wie war das schon wieder? Ah das war mit Leertaste kann man das klicken? Gut Sehr gut ist das Nein! Das war sehr blöd Also ich muss mich gerade wieder eingewöhnen bei diesem spiel ist sofort dass man nur die Maus braucht was auch ein nachteil sein kann So Also ich bin schon mal eine hundert plätze rum Das sind irgendwie so viele So viele So viele Hier drauf 505 Also überhaupt Nein man sieht sie überhaupt nicht Nein das ist äh Aber beim Splix hat man es gesehen weil es da oben war Schnell Schnell Ähm Nice So jetzt sieht man das auch Das ist die Bildschirmubertragung Danke für deine Punkte Und dann immer gerne Punkte Das ist mega blöd. Nice! Das ist eine große Schlange. Die L 잠est schon vor, dass es nicht sicher ist. Schöne, dass sie mit den Schiffen abgestattet. Und die ist ein wenig Riesen. Sie sind wieder bei diesen Schiffen. Ich bin ja auch nicht so. Und damit sehen wir uns nicht mehr, die 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 Räume von den so einem Räumen vorsehen. Ich bin ja nicht mehr, ich bin ja sehr nett aus der Art der Größe. Es sind nicht mehr enorme Fälle. aus anspruch na so schnell geht es so schnell bin ich wieder muss wieder von vorne beginn aber und hat so dafür bekomme ich punkt und den spiel immer schön 5 es war dann nicht eingefallen oder was kommt jetzt dafür die punkte von der schlange spielten 1 schön ist es kann ich mal wieder hand sammeln das an für deine punkte also manchmal kann es auch unnötig sein wenn man die gern sagt bietet nein ich wollte die andere richtung noch ja und die musik kommt hier wieder schon wieder von vorderbeginn wegen dem anderen die falsche richtung mein schlängel kleines tierchen hier was schönes ja 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 Musik Musik Äh, manchmal leckt es so und das äh, kann man es... ganz zu blöd Fels... führen Da, ich möchte meine Punkte einsammeln Danke Ich freue mich über jede Punkte Rang 90 habe ich, glaube ich, besetzt und nicht geschafft Nein! Ich will hier raus! Nein! Das ist ein Ernst! Schon wieder Schon wieder ist schon zwar schon länger her, aber egal Komm, hör mit dem Quatsch auf, finde es nicht lustig Komm schon Danke! Nice! Ohohohoho Das gibt mir Punkte Danke Ich muss aufpassen Musik 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 Ich danke für alle Punkte, danke! äh nein das wurde ich nicht nice Punkte vor 100 Punkte vor 100 Punkte dann akte man speedet dann kann man schnell gehen man viel schneller dann kann man schon an und schreit rein ich war sehr 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 weit schenken gibt es das ich bin schon mal gelb zahlen kommt das war geld habe ich die zeit im gewöhnlichen vielleicht so sei gut wenn das so wäre gut ist alles in einer aufnahme besetzt zf nimmt mich auf und da ist schön meine punkte sind wir doch vorteil wenn der einzige stirbt kann andere profitieren von war der aufmerksam ich habe meine punkte noch 80 alles auf welchem platz war ich vorhin keine ahnung kann ich zurückspielen das aber im nachhinein anschauen dass man ein paar punkte schenken oder wie sieht es aus es sieht schlecht aus es sieht gut aus ich habe schon mal der wir mich anstrengen ich habe mich anstrengen sich auf essen gestorben so riskieren kann heißen dass ich sterbe und sonst habe ich zum beispiel jetzt bin ich gekommen weiß ich habe 46 40 blöcke habe ich geschafft ich habe mal einen rekord persönlich einen rekord gemacht könnte ich ja mal zeigen das war dann einfach auf dem ipad in der schule ich habe das gefühl dass ich jetzt was nicht mehr schaffe ich habe schon mal mehr erreicht als andere ich habe schon am liebzieher vierte vierte fünf vierte Ok, da kennt man Glück. Nice. Nice. Ist auch schön. Ich möchte mich... Ich möchte einfach nicht, dass ich eingezwünkt werde. Nur so eine große Schlange. Danke für die vielen Punkte. Ist es ein bisschen zu laut? Ja, für mich ist es echt sehr laut. Ich habe das ja auf dem Kopfhören und das ist mega laut für mich jetzt gerade. War das auf dem Kopfhören und das glaube ich jetzt dann. Und? Einen gestimmt? Ich habe das ja auf dem Kopfhören und das glaube ich jetzt. Ich habe das ja auf dem Kopfhören und das glaube ich jetzt. Ich habe das ja auf dem Kopfhören und das glaube ich jetzt. Ich bin in der Phase Rischo. Es wird einfach nicht mehr so weiter. Ähm, naja. Na, so manchmal so. Ja, es muss unbedingt weiterkommen aber im Endeffekt. Ich glaube ich dann hier aus weiterzukommen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und einfach irgendwie zu zu wenig lang und dann zum Beispiel jemanden einzuzwingen oder ein bisschen zu wenig lang. Nein, der wollte mich einzwängen und ich wollte ihm den Weg abschneiden, ähm, naja, kann halt nicht immer alles so gehen. Ja, die gute Frage, wie lange geht dieses Video noch? Noch circa 3 Minuten wegen der Musik, dass die Musik noch weiterlaufen. So 20 Minuten ist es so, dass, äh, CYAKA. Nein, das war ich selber beschrungen. Wasserflug? Waterflame? Der kleine Sauber kann bleiben. Nein, ich wollte, ich möchte immer Punkte sammeln, aber am Schluss sterbe ich selber. So, da bin ich wieder, nach einer längeren Zeit, genauer gesagt, nächsten Tag, äh, mache ich jetzt da weiter, dann können wir hier noch die Harry Potter Musik fertig anhören und ich probiere mein Glück. Ja mal, schau mal, wie ich das, bis heute mal wird, ob ich da weiterkomme oder nicht, einfach. Ich muss einfach ein bisschen aufpassen, dass ich da nicht fahrlässig, äh, eine andere Schlange, unsere Schlange reinfahre. Mein Kriege. Äh. Danke. Das ist das Süße von dir, das ist sehr nett von dir. Das ist ein Größerer. Oh, nur, da ist einer. Nice! Wow, nice! Nice. Z. Ist verschlafen. Komm, jetzt lass mich doch... wohnen schon noch ein bisschen es war wirklich englisch gesagt Das war's für heute. So, ist auch ein bisschen ohne Musik und wenn diese Runde fertig ist, dann ist die Aufnahme fertig. So, ist gerade ein bisschen ruhig, wenn ich da keine Musik mehr habe. Ähm, jetzt habe ich mir ein bisschen Punkte geholt, entweder ist das Schlange oder ist das Internet. Keine Ahnung. Ja, war gut. Da habe ich nichts dafür, das ist einfach in mich reingegangen. Ich habe so das Gefühl, dass es auch ein bisschen länger ging. Könnte sein. Äh, kommt noch das nächste Lied. Das dauert nur eine Minute und 14 Sekunden. Deshalb soll das nicht so lange gehen. Jetzt kann ich von denen profitieren, dass der so gedüst ist. Aber der war irgendwie AFK oder so. Der auch irgendwie. Komm, mein. ist das nicht so lange gehen. Fast wäre ich gestorben. Danke. Das ist doch immer schon, wenn die Schlangen extra nicht Gas geben und dann nicht reingehen, oder? Auch die großen Schlangen müssen eben aufpassen. Sind auch sowas. Ja. Das ist doch so, wenn du bist. Ich habe jetzt gerade eine neue Runde bekommen. Ich mache doch diese. Ich lasse noch ein. ein musik laufen ist gerade die runde gestellt und ich habe bisher gesteckt ich denke mal ja nix dagegen würde ich dann sehen und naja danke für die punkte ich bin fast in die gefahren 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 nein das war seine absicht so in der nächsten folge geht es dann weiter mit mit der harry potter musik ja da würde ich mal sagen ja